Herzlich Willkommen am Weingut Hofbauer Schmidt. Bei der diesjährigen Salonverkostung der sogenannten Staatsmeisterschaft des österreichischen Weines durften wir heuer einen ganz besonderen Erfolg feiern. Unser Sauvignon Blanc ist Bundessieger und somit bester Sauvignon Blanc Österreichs. Dies freut und ehrt uns zugleich. Weingut Hofbauer Schmidt, wir sind ein traditioneller Familienbetrieb in der achten Generation hier in Hohenbad am Tor zum Weinviertel. Unser Schwerpunkt liegt bei typisch österreichischen Rebsorten wie grüner und roter Vietliner. Sauvignon Blanc ist eher ein jüngeres Kind des Weinportfolios und hat sich durch mein Auslandspraktikum in Neuseeland entwickelt. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heuer mit dieser Sorte punkten konnten. Es ist eine Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg und für meine Eltern eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk.